hey leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute soll es mal um die nintendo switch gehen warum sie eigentlich so erfolgreich ist denn wenn wir mal ehrlich sind sie hat ja gar nicht so viel geleistet in der zeit also nicht falsch verstehen die switch ist eine sehr tolle konsole aber es gibt halt auch einige kritikpunkte über die wir heute mal sprechen wollen die nintendo switch ist seit fast zwei jahren draußen und in diesem zeitraum ist sie quasi durch die decke gegangen aber woher kommt überhaupt dieser erfolg lmw uns mal zurück an den anfang es war der dritte märz 2017 der erscheinungstag der ersten hybrid konsole und damit der startschuss für eine erfolgreiche konsole doch außer zelda und ein paar kleinen netten spielen hatte die konsole am anfang echt wenig zu bieten versteht mich nicht falsch ich bin selber ein riesiger nintendo fan und auch selda ist ein krasses spiel in dem man hunderte von stunden versenken kann jedoch habe ich mir dieses spiel als wiiu besitzer erst mal für weniger geld geholt das nächste große spiel kam am 28 april 2017 und war ebenfalls ein spiel das ist fast genauso auf der wiiu gab ich rede von mario kart 8 deluxe der lachs ich weiß es nicht genau zwar werden jetzt einige argumentieren dass es ja jetzt einen richtigen schlachten modus hat und auch einige charaktere hinzugefügt wurden die zum teil auch echt cool sind jedoch ist es wahrscheinlich echt nicht aufwendig gewesen dieses spiel zu portieren und ein zwei neue sachen einzubauen da habe ich mir als wiiu besitzer die frage gestellt ob es überhaupt sinn machen würde dies nochmal für 60 euro zu kaufen am 16 juni 2017 kam dann der kracher bei dem allen hardcore kampfspiel fans richtig in die fresse geschlagen wurde die rede ist von arms dieser spiel ist komplett mit motion control verseucht nur um zu versuchen die guten alten wii zeiten wieder aufblühen zu lassen warum kann nintendo nicht einfach mal die motion control weglassen und vom one to switch möchte ich gar nicht sagen ich sage nur fucking 50 euro dann kam der erste richtige switch titel splatoon 2 es ist der erste richtige switch exklusiv titel außer dass viele kritiken sagen dass es fast genauso ist wie splatoon ihr merkt schon worauf dieses video hinausläuft als wiiu besitzer wird man erstmal komplett verarscht jedes spiel wird erstmal schön auf die neue konsole portiert und dann auch noch für einen preis von 60 euro verkauft so viel haben die spiele zum teil noch nicht mal auf der wiiu neu gekostet nehmen wir mal das neueste beispiel new super mario bros u hat eine deluxe variante bekommen das spiel hat zum start auf der wiiu 45 euro gekostet ich habe es mir dann irgendwann mal gebraucht für 20 euro mit super luigi bros u geholt und nun kommt die switch gleiches spiel zwei neue charaktere 60 euro das steht doch in kein verhältnis die spitze des eisbälls ist dann noch der online modus für den man bei der switch inzwischen 20 euro im jahr bezahlt an sich klingt das ja erstmal gut immerhin kostet es nur ein drittel der konkurrenz aber bei denen funktioniert die ganze kacke dann zumindest auch zumindest meistens dazu komme ich noch in einem anderen video aber seitdem ich bezahlt habe hat sich einfach nichts geändert die spiele laufen fast genauso kacke wie vorher aber jetzt haben wir ja die tollen nes spiele die kein kind mehr interessieren da sie diese spiele gar nicht kennen würden wenn nintendo die nicht bei jeder konsole einen in die fresse klatschen würden fakt ist die meisten spielen diese klassiker ein bis zwei mal und fassen diese dann nie mehr an hast du übrigens grüße an jeden der 70 euro für die mini nes bezahlt hat dieses video soll eigentlich nur eines zeigen auch wenn man fan einer firma ist sollte man sie auch kritisieren können und man sollte sich nicht alles gefallen lassen und nicht einfach jeden scheiß kaufen den man vorgeworfen bekommt in dem sinne bedanke ich mich fürs zuhören bis zum nächsten mal und ciao leute bis zum nächsten mal